Moin und willkommen zurück zu Kotlin. Heute wollen wir uns eine weitere Komfortfunktion angucken, die euch Kotlin bringt, wenn ihr durch Arrays durchiterieren wollt. So, manchmal reicht das natürlich aus, wie wir hier wissen. Das heißt, wenn ihr durch dieses Array einfach nur durchiterieren wollt und irgendwas mit den Elementen macht, wunderbar, dann nehmt die ForEach-Schleife und nehmt das It. Aber manchmal braucht man halt leider doch eine For-Schleife, nicht unbedingt für solche Sachen wie das hier, sondern eher, wenn man die Indizes noch braucht. Das heißt, ihr erinnert euch an folgende ForEach-Schleife. ForEach in meinArray.indizes. Indizes. PrintEach. So, äh, PrintLine machen wir mal vielleicht. PrintLineEach. So, was das macht, ist folgendes. Wir kriegen hier alle Werte, ups, das soll ich vielleicht auskommentieren, sorry, sonst wird es unübersichtlich. So, wir kriegen hier alle Werte von den Indizes, die wir haben. Das heißt, wir kriegen hier 0, 1, 2, 3. Wir iterieren quasi einmal über das Array drüber und das Ding macht für uns automatisch, wo wir gerade sind, sozusagen. Dann können wir auf mein Array, mein Arr, von i zugreifen und haben dann natürlich das jeweilige Element. Aber wir wissen auch, an welcher Stelle wir gerade sind. Das heißt, wir können sagen, hey, wir verarbeiten gerade das zehnte Element und der Wert des zehnten Elements ist das da. Nun ist das da allerdings relativ umständlich zu schreiben in den meisten Fällen und deswegen gibt euch da Kotlin noch eine angenehme Funktion mit. Und zwar könnte ich hier sagen, ich möchte gerne meinen Index i und meine Zahl in einem Schleifendurchlauf automatisch von euch bekommen. Und zwar, withIndex ist die Funktion, die ihr sucht. Dann bekommt ihr nämlich hier den Index. Index ist gleich Dollar i, wo wir gerade wieder bei String Templates werden. Ihr erinnert euch, das Dollar Zeichen, um eine Variable im String auszugeben. Und dann sagen wir hier, Zahl ist gleich, ups, das war das falsche, Dollar Zahl. So, und wenn wir das machen, dann sehen wir direkt, hey, wir müssen hier nicht irgendwie umständlich auf mein Arr von i zugreifen, sondern wir können uns das einfach auch direkt mit dem withIndex ausgeben lassen in dieser Variablen Zahl hier. Sehr, sehr angenehm das Ganze. Und ja, kann man sicher mal durchaus verwenden. Gut, das ist eigentlich auch schon wieder mal nur eine Komfortfunktion. Nächstes Mal geht es natürlich weiter, wenn wir hier wieder, also wir machen schon noch Stoff, der euch mehr bringt als nur Komfortfunktion. Keine Sorge, ich will nur möglichst gründlich sein. Und wenn euch was nicht interessiert, könnt ihr es natürlich jederzeit überspringen und dann einfach auf die nächsten paar Videos warten. Alles klar, wir hören uns. Bis dann. Ciao.